Den Gruppen der Stadtgesellschaft, die sie schon lange keine Stadt und Gesellschaft mehr leisten können, möchte ich als Insektenhotelier eine neue Chance geben. Als Insektenhotelier möchte ich mit ganz einfachen Mitteln den Bienenschmetterlingen und Marienkäfern in den Röhren und Kammern des Insektenhotels als anarchische, wohlgelittene Gruppe die Möglichkeit geben, Teil der Stadtgesellschaft Part of the Future zu werden. Denn die Wahrheit ist doch, den syrischen, afrikanischen und auch Wolfsburger Flüchtlingen geht es in Städten wie Hamburg immer noch deutlich besser als den Insekten, die sich in unseren zu betonierten Straßen zu Tausenden zu Tode frieren. Ja, es gibt ein Mehrwertzimmer, eine Präsidentensuite und einen Hostelbereich für die eingeschleppten asiatischen Marienkäfer. Das sind die medizinischen Punkten und die Hormonprobleme. Mit проблем,